Wir haben doch noch mal Glück 3. Ja, die Glück 1 alten Spitzsack ist ja für die Kohle und so abzubauen. Alles außer Diamanten. Glück 3 Spitzsack ist nur für Diamanten. Obwohl da halt halb kein 3hause hat, aber trotzdem ging es irgendwie schnell kaputt. Ich mach mir mal, ach ich mal ne Workbench. Ich geh mal zurück an die, ähm... Ne Workbench. Das ist, Nina, das kannst du nicht damit abbauen. Was denn? Ja, das ist ein Rockstone. Hab ich eben schon gesagt. Ey, das ist der Jack. Ach so. Ich bin unten, ich bin dir alleine. In welchem Gang bist du noch mal? Ich brauch ne Workbench. Ich hab ganz vergessen, wie die Angeln so verknüpfen. Das stimmt, da sind noch zwei Angeln. Hier, ist das der Gang? Ja, dahin ist auf einmal ein Nametag. Von Nino, ah, das ist ein Workbench, danke. Ganz viele Reetstone-Blöcke. Dann hab ich mir jetzt... Also vordrücken, einfach auf Kreis. Ich hab immer rot, weil ich... Weil ich das dann mal bei der Expertise gesagt habe. Gesundheit. Weil ich da noch klein war. Ich bin immer... So. Nyauuu. Ich brauch mehr Spitzsacken. Hi. Ich brauch mehr Spitzsacken. Ich glaub, ich muss einfach in diese Richtung, weil ich keinen Bock mehr habe. Ey, Jack, kannst du mir auch noch ein paar Spitzsacken geben? Also, ich hab nämlich nur noch einer. Ich hab keinen Holz. Gib Holz. Hast du nicht noch mal ein paar Spitzsacken übrig? Ja, oben in die Tore hab ich welche für dich reingekommen. Stimmt, ich hol die mal schnell wo. Nimmst mir mal, ich glaub, da ging's auch irgendwo. Tim, ich bin auch so verrückt in meine Mine rumgegangen. Also, ich hab überall durchgegraben und dann hab ich den Ausgang nicht mehr gefunden. Tim, in der Hardcore-Welt hab ich 20 Diamanten und weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Krass. Ich würde draus mit Diamantausrüstung machen. Ich hab ja schon eine. Ja, ich mach da draus. Ich mach da draus. Nochmal die... Nochmal die Diamantausrüstung, vertraube die Diamantausrüstung auch noch mal auf L30. Dann kannst du die Diamantausrüstung nicht mit der anderen Diamantausrüstung verknüpfen. Tim, äh, ich bin ja... Ich bin in ein... Ich hab die Biomgröße. Mhm. Auf groß gemacht und ich bin ja sofort in ein Sumpfbiom geswohnt. Ja. Daneber war ein Dorf, aber das war kein Sumpfdorf und die Dorfwohner waren auch normal. Ich hab's nicht richtig verstanden. Okay. Also, da war's eigentlich nur ein Haus, das daraus hängt. Okay. Aber das Dorf ist auch ganz und ich meine wirklich ganz in ein, ähm... Ich wollte schon Sandbiom sagen. In ein Wüstenbiom. Aber es ist kein Wüstendorf. Okay. Das kapier ich. Ich kapier's. Ich kapier's auch nicht. Also, alle Häuser außer eins, die sind in der Wüste, aber es ist kein Wüstendorf. Okay. Ich glaub, das erste Haus wurde zuerst generiert und dann wurde der Rest generiert. Also war's praktisch zuerst ein normales Dorf. Okay. Aber weiter weg ist noch ein Dorf. Ich hab versätlich ne Fledermaske. Nicht sehr weit weg, Tim. Aha. Ich hab nochmal versätlich ne Fledermaske getötet und hab'n Kohle gegraben. Was? Okay. Tim. Hm? Die Welt, die war auch richtig geil. Also, ich hab zuerst in eine Richtung gegraben. In die, da hab ich sofort Diamanten gefunden. Ja. Also nur, nur bei drei Blöcken. Dann hab ich in die andere Richtung auch nur vier Blöcke und da waren auch schon Diamanten. Okay. Und dann hab ich in die Richtung vorne, also, es ist der Westen, aber ich sag immer in Ordnung dazu. Genau, obwohl das gar nicht in Ordnung ist. Ähm, da hab ich nur zehn Blöcke oder so abgebaut, da waren auch Diamanten. Okay. Oh, oder ich hab'n Spawner gefunden, ne? Da waren die Bastarde. Uff, geh weg! Ich werd'n Spawner ausleuchten. Stimmt, da sind schon richtig viele. Äh. Wie die da dumm dann einfach nur stehen. Ich treff' ich's alle, ich treff' ich's alle, weil ich Durchschuss habe. Boah, das ist so OP, wenn die so alle hintereinander stehen. Naja, aber wir haben die nichts gebracht. Hast du in die Glück drei Spitzhacke weggenommen? Ja. Ey, das... Das ist gar nicht so weit weg. Ich hab' jetzt gerade hier nochmal alles ausgebombert. Häää! So. Wie noch dein Schwert? Weg da! Ah! In die Richtung alles ausgebombert, ne? Du siehst so klein aus. Weil die einfach nen Kopf fehlt. Oh, lol. Tim, ich hab' die ganze Hülle ausgebombert, ne? Ja, ich hab' die... Ja. Fisse sind ja voll groß. Ich glaub' da hinten ist Nina seine Hülle. Das ist der Schlau. Nina, ihre Hülle regt Deutsch-Müller. Ja. Ja. Super nein. Ich wurde in die Lager geschubst von ihm. Baby-Zombie. Baby-Zombie. Okay, grab' mich ein, Nina. Du hast ihn nicht gehört, Nina. Was machst du? Ich grab' mich ein! Warum kriegst du dich runter? Du sollst dich ein... ...bauen! Ist in dir... Alter, was machst du denn? Für der Scheiße! Sah geil aus, sag' ich. Oh, lol. War das weit zurück, dieser Speicherpunkt. Ich hol' mal die Spitzhacken-Mühe raus. Ja. Wenn die schon genauer meinen Eingang stehe. Und brauch' ich auch noch ein paar. Ist hier Holz? Nein, das ist Sand. Violatisch... Hier drin ist ein Webstuhl. Ist ein Webstuhl? Die sind Banner. Ach so. Ich dachte, ihm das wär' Fisch. Sieht so aus wie ein Fisch. Ach mal, das ist ein Thumbie. Ähm... Juli, ist mir jetzt kackegal. Juli Diaz. Ich will die Jungs. Jungs. Du bist die, die mich davon abgehalten hat. Eigentlich hast du ja in der Zeit keine Ideas gefunden. Trotzdem, aber ich bin so weit gekommen. Hab' alles umgecraftet. Was denkst du ich? Ja, das ist ja auch deine Schuld. Tim. Wo bist du, Jack? Wenn wir erstmal ein Beacon haben, wird das so viel mal einfacher. Hm. Wo bist du? Ich grab' mich hier bei meiner Stelle weiter. Da ist ein Newsname-Tag. Da bist du. Da kann ich die Spitz... Da kann ich so drei Spitzhacken haben. Sieht voll klein aus. Oh, dann hab' ich nur noch zwei. Wenn... wenn wir dann... Dann gib nur zwei. Aber ich hab' keine bekommen. Ähm, die ist benutzt. Hier, ich geb' dir drei. Da. Ja, ich behalte gerne deinen Stein. Bitte. Jack, kommst du mal zu mir, weil gleich da oben ist nämlich ein Winnie-Zombie. Bitte. Hast du ein Schwert? Bitte. Ja, aber... Ich... Wo bist du? Hier. Verlaub' mich. Du bist das Grüne. Ja. Ich... Leider sind die außerhalb meiner Karte. Ich hab' keine Ahnung, wo die ist. Ich seh' dich. Du laufst in die... Hier, nein, du kommst. Komm! Hör auf. Ich hab' die ganzen Zombies. Du siehst hier keine Crawflingboxen. Ach so, ich hab' die geklaut. Bei mir ist einer. Und einer. Da oben ist der. Ja, der ist from. Ich baue auf dem Weg die ganzen Asser. So... Ich hoffe, der ist noch nicht gesammelt. Da ist Gold. Ja, ich hab' keine Eisenspitzhacke. Was? Warum? Ach so. Wo bist du? Aber nimm' mir das Gold auf jeden Fall irgendwann mit, wenn du eine hast. Nina will ja hinter mir herkommen. Aber wieso hast du... Wieso hast denn hier noch keine gecraftet? Ich hab' ja kein Holz. Ach so. Wieso hast du mich nicht gefragt? Du hast gesagt, du hast kein Holz. Ja, ich hab' Stöcker. Oh. Oh, ne? Man hört die Zombies. Ja. Hä? Was? Biss du? Oh, ich hör' ihn. Ja, ich hör' ich hör' keinen. Ja, da war er. Ich hab' hier schon ausgeleuchtet, aber ich hör' ihn. Ich hab' Gold gefunden übrigens. Ja, das war das Gold, das du abbauen solltest. Ja. Und dann... Stein. Da haben wir diese... Glück. Da haben wir die Fisch. Und einfach diese Explosionen. Also... Das war ein Zombie. Das war ein Zombie. Ich glaub' Zombies explodieren noch nicht. Wer weiß, was Notch noch gerne machen wird, um uns sliden zu lassen. Da ist Kohlin, da ist auf jeden Fall mit. Ich nehm' alles mit. Weil das brauchen wir für die Villager. Besiegen wir zuerst den Vizzor? Ja. Das ist auch einfacher. Weil für Endermans... Ja, für Endermans... Endermans mit... Ambrizorskler sind ja auch einfacher zu finden. Und Endermans... Davon muss man ja die Welt umreisen. Aber... Oh, falsche Spitzhacke. Einfach falsch. Wenn du einmal im End warst, dann hast du genug Endermans gesehen. Ja. Die Eisenspitzhacke und die Steinspitzhacke sind... Guck mal, guck mal die Eisenspitzhacke an. Guck mal hier mal die Steinspitzhacke an. Sie sehen so unendlich gleich aus. Das ist doch richtig. Der sieht genau gleich aus bei dir. Also der Eisenspitzhackel ist ein bisschen heller. Ja. Der eine Seite. Aber... Oh Gott, der Spawner. Tim... Bist du noch hier? Ja. Kommst du nach? Nein. Hier lang falsch Richtung. Ich bin hier nämlich noch am... Hast du Fackeln? Äh, ich noch... Ja. Hab ich. Ich hab gar nicht mehr. Weil der Tim hat ja alle Stöcke und... Du hast aber trotzdem noch Fackeln. Ja, ich hab noch ein paar. Was ist denn unten? So ein... Dings. Oh Gott. Jack, die bauen doch schon mal die Kohle hier. Das ist das Spawner vermutlich. Oh. Oder hast du das zugebaut? Hä, was ist das? Und das war ich eben. Ach so. Hä, bist du da? Gleich gehen wir da runter. Baut uns ab. Wir sind glaube ich gar nicht auf die Amateur. Doch, wir sind auf 12. Wir sind eine Demanteur. Nein, wir nicht. Ach so. Wir sind auf... 21. Genau andersrum. Boah, Mann, wie das finde ich auch nichts. Oh, hier sind super viele Ärzte. Oh, 3D beieinander. Das ist ein Trigger. Pfff. 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 Pff. Pfff. 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 Minenschacht wäre mal geil. Minenschacht auf Diamantenhöhe ist richtig geil. Tim, ich habe auch geguckt, ob in einem Minenschacht wirklich mehr Ärzte ist worden und Wikipedia hat Ja gesagt. In einem sehr langen Satz. Die müssen einfach nur Ja sagen, aber dann werfen die so einen Satz vor dir, den du lesen musst. Was haben die denn gesagt? Die haben so richtig schwierig erklärt, wann das da reingemacht wurde, zuerst der Minenschacht. Dann haben die noch komischerweise erklärt, wieso. Dann haben die erklärt, welche Sounds zu dem Minenschacht gehören. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Und dann zum Schluss haben die endlich die Antwort gesagt. Also wirklich, im drittletzten Satz stand das endlich da. Meine Labe ist an der Decke, muss man immer ganz genau gucken. Das regnet mit X-P's. Da lebt der Fisch. Wenn du nur den Fisch fängst, hast du... Was? Du hast ja noch mehr Wasser jetzt. Ich weiß, was ist hier unten, das ist hier vor der krasse Trick. Hier noch Kohle, Check. Find ich mal, das noch Kohle. Das musst du abbauen, ich geh einfach. Weil ich es noch mehr Kohle war. Ich weiß, wo die Quelle ist, Hilfe. Ich mach mal die Lava-Quelle zu. Äh, das wird nicht helfen. Das und drunter sind ähm, Lava-Blöcke, auch. Und ihr baut noch wieder die ganzen anderen Ärzte nicht ab. Doch. Ich kann die Ärzte dann nicht abbauen. So, wir sind fertig, Check. Geil. Jetzt geh ich zum Tim, weil... Spitzhacker, Glück. Alter, geh erst schnell. Oh, lol, zwei schon. Äh, falsch war ich schon. Geil. Zwei, alter, geh erst schnell. Nummer zwei. Sieben schon... Das waren mehr als zwei. Sieben von zwei Diamant-Dingern. Nummer zwei. Elf von... Ey, das waren drei Diamant-Blöcke, Check. Und wie viel Absuch? Ich hab elf bekommen von drei Diamant-Blöcken. Aber? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.